Ich gebe es ja zu, Schuheputzen war noch nie meine große Leidenschaft. Wenn es Ihnen genauso geht, sollten Sie auf die Schuhputzmaschine von Sichler setzen. Sie halten einfach den Fuß hin und die Comfort Pro erledigt den Rest. Die elektrische Schuhputzmaschine verfügt über drei schnell rotierende Bürsten und einen praktischen Schuhcremespender. Die verschiedenen Bürsten befreien Ihre Schuhe zunächst von grobem Schmutz und polieren sie anschließend schnell auf Hochglanz. Für optimale Ergebnisse gibt es jeweils eine eigene weiche Polierbürste für Ihre hellen und dunklen Schuhe. Dank der herausnehmbaren Gummimatte lässt sich der abgebürstete Schmutz besonders komfortabel aus dem Gerät entfernen. In nur einer Minute strahlen sogar Ihre etwas angetagten Lieblingstreter wie neu. Mit Ihrem persönlichen Schuhbuttler wird das Schuhputzen zum reinen Vergnügen und bequem wie noch nie. Seien Sie clever und bestellen Sie jetzt!